Hallo ihr Lieben, was geht ab? Ja und zwar, es gibt jetzt gleich Frühstück für meine Plüschkinder. Ich habe jetzt erst mal das ganze Obst und Gemüse zusammengesucht und habe das alles schön klein geschnippelt und dann kommt das erst mal in eine große Schüssel. Genau, dann habe ich mir so Schälchen rausgeholt. Da habe ich jetzt schon Haferflocken reingemacht und Rucola, Rosenkohl. Den habe ich auch noch mal schön sauber gemacht, weil der sah nicht so toll aus. Genau, und dann kommt das da alles rein. Ach ja, hier ist noch ein bisschen Chinakohl. Tomaten soll man nicht so viel füttern, weil sonst kann es halt passieren, dass die halt so Matzkot bekommen. Und deswegen habe ich jetzt für jede Schale nur eine Tomate. So. Okay, dann können wir es dann eigentlich so langsam raustun. Mal gucken, ob die Mäerschweinchen wieder so quieken, wie sonst immer. Ach ja, und der Pastelikum, der ist auch frisch aus dem Garten. Okay, na dann. Gehen wir mal raus zu den Mäerschweinchen. Ich habe meine Tiere auch auf dem Balkon. So, auf geht's. Heute ist nicht so tolles Wetter. So. Und los. Da kommt schon auch gleich mein Lieblingsmäerschweinchen. Das ist wirklich mein Liebling. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020